Ja, vier neue Produkte hat Sony heute angekündigt und drei davon halte ich in meiner Hand. Ja, der Titel des Videos hat es ja schon verraten, worum es geht. Sony hat zwei neue kleine Fotokameras vorgestellt, ein neues Objektiv und ein viertes Produkt. Ich war anfangs ein bisschen überrascht, als sie gesagt haben, sie haben vier Produkte und dann kamen nur drei. Das vierte Produkt ist ein Zusatzgriff, um die Kameras ein bisschen griffiger zu machen. Ja, es gibt immer Leute, die beklagen bei Sony, man könne da den kleinen Finger nicht richtig an die Kamera halten, weil die Griffe zu kurz sind. Nun, Sony hat jetzt eine Verlängerung. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem Produkt hier an. Nein, das sind nicht die ausführlichen Reviews und schon gar nicht irgendwelche Tests mit allen Details und sowas. Nein, das sind meine Eindrücke aus dem Alltag. Ich hatte die neue A7CR, so rum heißt sie, eine Woche hier. Ich hatte das neue Objektiv, das 16-35er G-Master II hier und eben den lustigen Griff. Fangen wir mit dem Griff an. Den schrauben wir nämlich hier unten an die Kamera. Jetzt werdet ihr sagen, aber das blockiert ja dann den Akku. Nein, tut es nicht, weil er kann hier aufklappen und dann kommt man an den Akku ran. Ja, und der Clou ist einfach, dass man jetzt hier halt Platz hat für den kleinen Finger, wenn man das denn möchte. Ich habe ihn im Alltag vielleicht fünf bis zehn Minuten genutzt. Machen wir ihn gleich wieder weg, so schaut man ihn nämlich weg, so schaut das Ding aus. Ist Nummer 7011, was ich davor abgetestet habe. Made in Thailand. Ich nutze ja schon so lange seit der ersten A7 Sony Kameras. Ich bin mich das gewohnt. Ich schiebe die ganze Zeit den kleinen Finger einfach drunter. Ich habe ihn meistens irgendwie so leicht angewinkelt unter der Kamera, was sie auch stabilisiert. Ich fand es eher seltsam, dass ich das Ding da dran hatte. Aber so schaut es aus, dass der Griff und das Lustige an diesem Griff ist, wenn man die A7CR kauft, die teuchere, ist er dabei. Wenn man die A7C2 kauft, also die neue A7C, ist er optional. Da muss man ihn dann kaufen, wenn man ihn möchte. Ja, lustiges Ding und damit hätten wir das erste Produkt schon durch. Von den dreien, über die wir hier ausführlicher sprechen, weil ich sie hier habe. Dann natürlich das Highlight der heutigen Ankündigungen, die neuen A7C-Modelle. Es gibt ja deren zwei. Es gibt die neue A7C, die hat jetzt 33 Megapixel drin. Und dann gibt es die A7CR, ja mit den Namen muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Die hat den 61 Megapixel-Sensor der neuesten R-Kamera, hat sie jetzt halt auch drin. Das ist eigentlich eine geschrumpfte R. Die normale A7C2 ist eine geschrumpfte A7IV, wenn man es so möchte, mit dem 33 Megapixel-Sensor. Ansonsten kann man die Kameras auch gut zusammen besprechen, habe ich den Eindruck. Ich habe mir jetzt die R ausgebockt, weil sie noch ein bisschen mehr Megapixel hatte und ich die mal ausprobieren wollte und schauen, wie die im Alltag ist. Aber die andere hat einfach deren 33 und ansonsten halten sich die Unterschiede in Grenzen. Im Alltag auf jeden Fall. Irgendwo auf den Specsheets, ich muss jetzt überlegen, was sie da noch... Also bevor jemand meinte, nein, auch die R kann kein 8K filmen. Ich kann euch das schnell zeigen, was sie filmen kann. Da haben ja die Leute anfangs spekuliert, weil die große R, die kann ja 8K, aber die kann nur bis 4K rauf. Check, Movie Settings, 24 Frames und bis 60 Frames. So. Nein, kein 8K in einer der beiden. Ansonsten, was ist auffällig an den Kameras? Ja, es sind halt die kleineren Kameras. Sie haben da oben nicht noch einen großen Ausguck drin für den Sucher. Der Sucher ist hier auf der Seite versteckt. Ansonsten oben hat man das Modusrad. Man kann hier... Ich schalte sie nochmal aus, dass wir da nicht irgendwie was verpfuschen. Hier hat man einen Hebel, wo man verstellen kann zwischen Zeitlupe, Video und Foto. Ich fand es immer ein bisschen irritierend im Alltag, dass man hier den Hebel hat und hier die Ansicht, was man genau verstellt hat. Man muss da immer ein bisschen aufpassen, dass man es nicht aus Versehen verstellt. Und hier bei dem Rädchen muss man auch immer ein bisschen aufpassen, dass man es nicht aus Versehen in der Tasche oder so verstellt. Aber die Rädchen sind sehr schön gemacht. Und wer die A7C schon kennt, das Vorgängermodell dieser zwei neuen, der wird mit Freude feststellen. Jetzt hat es hier vorne ein Rädchen. Jetzt kann man auch hier Sachen verstellen. Der Sucher ist nochmal besser geworden. Der Bildschirm ist natürlich wieder ausklappbar. Aber da gab es anfangs auch das Gerücht, dass mindestens eines der Modelle, die R, den Bildschirm hätte, wie die grosse R, wo man ihn auch noch hoch und runter klappen kann. Nein, man kann einfach nach vorne klappen, drehen und das war's. Die Gehäuse der zwei neuen A7C sind auch, soweit ich das gesehen habe, identisch. Wir haben hier oben, wir können die Anschlüsse schnell durchgehen, Micro plus USB-C. Das ist ein bisschen schade, hat halt nur SD-Karte. Ich hätte mir CFexpress gewünscht. Ich mag das einfach lieber. Und was haben wir unten nochmal? Ah genau, das ist noch der kleine HDMI und der Kopfhörerausgang ist da versteckt. Dann was haben wir noch? Akku habe ich ja schon gezeigt, da mit dem Griff. Was es natürlich nicht hat hinten, was immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist der Joystick. Den man bei den grösseren Kameras hat. Ich habe jetzt aber gar keine... Meine A7S ist gerade hier vorne und filmt. Ansonsten ist die Auslegeordnung hinten ziemlich identisch mit der E1 auch. Die kennt man ja. Die E1 hat aber einen kleineren Griff. Und natürlich, der grösste Unterschied, die E1 hat keinen Sucher. Nein, das ist sie, die A7CR. Mir gefallen sie einfach sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr schöne Sony-Kameras da mit dem Silber. Oben drauf gibt es auch den Schwarz, wenn man es nicht mag. Die Rädchen sind schön, liegt gut in der Hand. Wie gesagt, ich brauche den Griff ja nicht. Ich klappe einfach den kleinen Finger da so runter und dann ist es auch mehr als gut genug. Nein, wir müssen jetzt hier nicht große Bildqualität-Tests oder sowas machen. Ist der 61 Megapixel-Sensor, der ist einfach gigantisch. Der macht riesig Spass, was im Alltag auch große Freude macht. Ist natürlich das Autofokus-System, da mit diesem Artificial Intelligence Autofokus, wie es Sony nennt. Wo der Fokus halt nicht nur erkennt, wo sind die Augen, wo ist der Kopf, sondern wo ist der Mensch und wie bewegt sich der Mensch oder der Vogel und all die Sachen, die es halt tracken kann. Das ist schon sehr, sehr cool. Ich fotografiere inzwischen sehr, sehr gerne mit meiner E1, einfach weil sie auch dieses Fokus-System hat. Super zuverlässig. Und das Menü ist auch das Gute, was halt wirklich Touch ausgelegt ist. Man kann alles per Touch bedienen. Ich bin da so Fan von geworden. Ich vermisse das auf allen anderen Kameras, wo ich es nicht habe. Ich wünschte, Sony würde das per Update endlich mal nachreichen. Chips. Ja, wirklich ganz, ganz coole, kleine Kameras. Wo ich natürlich immer so ein bisschen unsicher bin, ist, jetzt hat man die A7 IV und hat die neue A7 C. Dann hat man die A7 R und dann hat man die A7 C R. Ja, welche soll es denn nun sein? Und am Schluss des Tages wird man sich wohl anhand des Preises entscheiden. Ja, die da ist ein bisschen portabler, aber so viel portabler finde ich sie im Alltag dann jeweils auch nicht, weil sie einfach da oben den Sucher nicht haben. Macht ein bisschen was aus, aber so viel auch nicht. Und wenn der Preis dann anderswo wieder besser ist und ja, ist immer ein bisschen abwägen halt, was man lieber möchte. Bin ich dann gespannt. Und könnt ihr mir auch in den Kommentaren schreiben, wie viel der Formfaktor für euch ausmacht und wie entscheidend der ist. Und das letzte Produkt, was wir noch anschauen können, ist das neue Objektiv. Das 16-35er G-Master Objektiv mit 2.8er Blende. Das habe ich im Alltag auch verwendet. Ist ja die Neuauflage. Sony ist ja daran, die alten G-Master Objektive ein bisschen aufzupolieren und neu zu machen. Es ist kleiner und leichter. Wenn man sie nebeneinander hat, merkt man es. Wenn man sie nicht nebeneinander hat, fällt es weniger auf. Aber es ist natürlich, man sieht es, wenn man von 35 auf 16 geht, fährt es ein bisschen nach vorne aus. Aber das macht jetzt nicht wahnsinnig viel aus. Ich habe für mich im Alltag, ich habe es die ganze Zeit dabei gehabt, habe es auch auf der E1 genutzt und damit gefilmt. Und es ist schon ein unglaublich vielseitiges Objektiv. Und ich habe mich auch ein bisschen dabei ertappt, wie ich gedacht habe, eigentlich würde das da reichen und würde ganz viele meiner Objektive ersetzen. Klar, es ist natürlich sehr teuer. Es ist nochmal deutlich über 2.000 Franken, ich glaube 2.7 rum oder sowas. Aber an dem hätte ich wirklich im Alltag große Freude, weil es halt wirklich sehr, sehr viel kann. Es deckt von 35 bis 16. Wirklich eine gute Brennweite ab. Was ich privat sehr, sehr gerne nutze dieser Tage, ist das da hier, das ist mein 14mm G-Master Objektiv. Was nochmal eine Spur kleiner ist, aber auch nicht so viel kleiner. Also das da. Gerade für Videoaufnahmen ist es schon ein unglaublich vielseitiges Objektiv, was man da alles mit sich rumtragen kann und halt nicht objektiv wechseln muss. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Wo ich ein bisschen Mühe hatte, ich habe ewig den Klick-Ent-Klick nicht gefunden, weil er da unten versteckt ist. Wieder zurück auf 2.8. Ich filme hier fast alles mit 2.8 aktuell, auch 2.8. Das davon ist das G-Master 24mm, was ich für alles verwende. Nein, wirklich würde jetzt Geld keine Rolle spielen und müsste ich mich auf ein Objektiv einschießen, was ich für all meine Videos nutzen müsste oder dürfte, würde ich mich tatsächlich dafür entscheiden. Weil es deckt halt wirklich alles ab, was ich an Objektiven mindestens bei den Videos sehr, sehr gerne mag. Klar, ich mag dann auch die großen Teles, das 135er und solche Sachen, aber damit könnte ich alle meine Videos machen. Ich könnte meine Plauderteile, die ich jetzt aufzeichne, könnte ich problemlos damit machen, weil ich es einfach auf 24mm drehe. Wenn ich unterwegs bin und im Laufen filmen möchte, gehe ich einfach runter auf 16, aktiviere alle Stabilisierungen und dann croppt es auch wieder rein. Und mit 16 kann man das halt auch super. Das ist ja mit dem Grund, warum ich dieses 14mm habe, weil ich da all die Software-Stabilisierungen drüber laufen lasse, dann croppt es ein bisschen rein und dann ist es dann auch eher an 20mm. Darum ist Weitwinkel so praktisch. Ja, ich als großer Weitwinkel-Skeptiker habe auch Weitwinkel-Objektive hier im Einsatz. Einfach vor allem für die Videos, für Fotos ein bisschen weniger. Nein, wirklich sehr, sehr vernünftige, sehr, sehr schlaue Sachen, die Sony da vorgestellt hat. Den Griff, die zwei kleineren Kameras und das Objektiv, was einfach super praktisch ist, gerade eben wenn man Videos macht oder wenn man im Weitwinkel-Bereich unterwegs ist und fotografieren möchte. Und jetzt kommt der obligate Teil, wo Raphael sagt, er kauft sich nichts davon und ein halbes Jahr später hat er dann doch irgendwas davon. Nein, nein. Ich glaube, von den vier Sachen werde ich mir privat nichts kaufen. Habe ich damals bei der E1 auch gesagt und ich bin auch schwach geworden, weil sie einfach so praktisch ist und der Preis nochmal gefallen ist. Aber wenn ich mir hier irgendwie, natürlich mit der 61 Megapixel R hätte ich großen Spaß, aber ich brauche ja keine so großen Dateien, mir reichen ja auch 12 Megapixel, ehrlich gesagt. Mit dem Objektiv, das wäre wirklich sehr, sehr praktisch. Wenn ich jetzt nicht schon Objektive hätte und neu anfangen müsste, ja, dann würde mich vermutlich der Preis zu sehr abschrecken. Und der Griff hier, nein, den brauche ich wirklich nicht. So, die Sachen muss ich jetzt sowieso langsam wieder zusammenpacken und Sony zurückschicken. Die haben sie mir einfach rausgeborgt, dass ich sie mal anschauen kann. Und Sony braucht mir die Sachen aus, weil sie wissen, Raphael kauft sich danach einfach immer alles. Nein, nein, diesmal werde ich mich beherrschen. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir die unten in die Kommentare. Ich beantworte die sehr, sehr gerne. Falls ihr gerne Testfotos, Testvideos und alles Mögliche gesehen hättet, dafür habe ich jetzt keine Zeit, um da noch extra Aufnahmen zu machen mit der Kamera. Ich verlinke noch das eine oder andere Video, was ich hier mit dem Objektiv gefilmt habe oder Sachen, die ich mit der Kamera gefilmt habe. Unten am Video könnt ihr euch das anschauen. Aber, dass ja einfach die Sensoren aus der großen A7 IV und eben der R sind, das kennen wir ja alles schon. Und der Bildqualität ist auch super damit. Also, nein, nein, das ist wirklich nicht nötig. Nein, aber falls ihr das gerne gesehen habt, unbedingt Daumen nach unten. Falls das Video dennoch gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, worauf man einfach nur ein bisschen Sachen in der Hand hält und drüber spricht. Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald in einem dieser nächsten Videos. Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald in einem dieser Videos.